Doodle noch besser. Ich zeige Ihnen, wie Sie einen Termin finden, wo Sie hier beim Datum einen eigenen Text einfügen können und die Teilnehmer sagen können, ja, vielleicht oder nein oder doch. Das geht so. Diesmal logge ich mich auch bei Doodle ein. Das heisst, ich habe vorher ein Konto erstellt, gehe zum Login und logge mich mit E-Mail und Passwort ein. Und Login. Hier sehe ich alle meine Doodle, die ich erstellt habe. Hier unten, die habe ich erstellt. Und hier habe ich eine Einladung zum Doodeln erhalten. Also es ist alles wunderbar hier versammelt. Und ich erstelle nun einen neuen Doodle. Doodle erstellen. Und der fügt sich gerade in meine Sammlung hier ein. Doodle erstellen. Ich mache das wieder ganz ähnlich wie vorhin. Ruder-Schnupper-Kurs und natürlich wiederum die Notiz hier unten. Und fortfahren. Und hier endet der Weg. Wechseln Sie von Monat zu Text. Und jetzt können Sie einen eigenen Text einfügen. Zum Beispiel der Kurs A am 14. Juli von 8 Uhr bis mittags 12 Uhr. Und dann natürlich noch der Kurs B. Kurs B geht am 14. Juli von 13 Uhr bis 17 Uhr. fortfahren. Natürlich, das stimmt wieder. Mailadresse. Fertigstellen. Und da ist alles vorhanden. Und jetzt sieht man hier einen eigenen Text. Jetzt möchte ich ja aber noch, dass man Ja, Vielleicht und Nein sagen kann. Ich gehe also hier zu Bearbeiten. Fortfahren. Und hier hat es ein Einstellungsrad. Da drehe ich mal dran. Hier kann ich sagen, Ja, vielleicht, wenn es sein muss. Oder man könnte dann auch sagen, es gibt nur eine bestimmte Anzahl Personen. Das ist natürlich nicht kompatibel mit Ja, vielleicht. Aber das könnte man sonst auswählen. Es dürfen also nur acht Teilnehmer mitmachen. Oder Sie können nur eine Option wählen. Also nicht beide. Macht ja auch Sinn. Entweder nehmen Sie im Kurs A oder dann im Kurs B teil. Und da gäbe es noch eine versteckte Umfrage. Also das Ja, vielleicht wäre hier. Ich probiere es mal aus. Bestätigen. Fortfahren. Fertigstellen. Und jetzt sieht dann die Umfrage ein bisschen anders aus. Ich kann nun hier mit einem Klick sagen, ich nehme Teil oder noch ein Klick, dann nehme ich vielleicht Teil. Das steht hier oben. Und noch ein Klick, dann nehme ich nicht mehr Teil. Also Ja, noch ein Klick, vielleicht, noch ein Klick, Nein. Das war's. Das war's.